So, ich bin dafür, dass wir uns ganz schnell mal die Auftragstrafel holen. What an astounding play! Meine Mutter. Hör mir über die Hände. Sie sagte, dass die Stadt durch die Hände der Sonne verletzt wurde. Wie konnte der Chef das akzeptieren? Alles, was noch zu tun ist, ist, Vater Eustenius zu finden. Ist das Eden? Na gut, wir lassen es erst mal hier gucken rum. Also wir haben einmal einen Toten entdecken. Wettwil, Straßenaar Wettwil, da muss man mal finden, wo das ist. Okay, Box. So, ist hier irgendwas, was man machen kann? Ich glaube nicht, das sieht einfach nur so aus. Ich fühl, viel Müllers Kost. Ah, Kolonialgebäude und Gebäude der Einsiedler. So war ein. Ah, guck einen an. Sowas gibt es ja auch. Oh, das ist ja auch am Ende. Oh, das ist ja auch so aus. Aberfan, müssen wir ja alle anderen Daten wegstellen. Oh, das ist ja auch so. Okay, wir werden alle anderen Datenverwerten. Die Behausung ist nicht begehbar. Die Behausung ist nicht begehbar. Hier wohnen also beide Sippschaften nett nebeneinander, weil das gut geht. Deswegen auch Edeln, weil halt hier was möglich ist, was davor wahrscheinlich nicht möglich schien. So, lohnt es sich da gleich hoch zu gehen? Ne, wir gucken erstmal hin. Vogelscheuche, viel Feldarbeit. Und am I hier? I am busy. If you have questions, go see sister Eugenia, she's our supervisor. Eine blutische Trage immer wieder. Ja, da haben wir schon eine seltsame Erkenntnis damit gewonnen, wo schon Sachen da waren, die eigentlich nur gar nicht sein können, wenn es da irgendwie was großer Fehler war. Ja, ja, ja. Für dich vielleicht ein Abstieg, für andere ein Abstieg. Guck mal hier. Guck mal hier, das haben sogar Ritualsteine. Das ist definitiv was von der Bevölkerung. Ja, das ist eine gewisse Zeit, um zu sprechen. Na gut, dann schwarzt er G. I'm sorry, I don't have time to talk. Okay, dann eben nicht. Jori, ich habe nie einen Eikseh an Al-Manawi gesehen. Jori, ich habe nie einen Eikseh an Al-Manawi gesehen. Jori, ich habe nie einen Eikseh an Al-Manawi gesehen. Also hier, wo wir die Buddha dem unter dem Hintern wegklauen können. So, retten wir mal den. Ich habe nie einen Eikseh an Al-Manawi gesehen. Ich wusste nicht, was du von mir willst. Ich muss gehen, wie so viele andere. Ich bin nicht so begeistert von uns. Das heißt, der einzige Weg ist jetzt wirklich hoch. Hier bauen sie eine große Kirche. Wie das vereinbar ist mit dem Heutling, möchte ich auch mal gerne wissen. Ein Werkstisch. Also in einem typischen RPG-Spiel. Was wird jetzt passieren? Ihr versucht Telemel, die Schönerschaft über den Glauben zu kriegen. Wir bauen eine große Kirche. Was wird passieren? Es wird irgendwie Anschläge geben. Es verschwindet immer Werkzeug. Es kommt zu Problemen. Vielleicht stirbt doch mal einer. Wir sollen dann auf Grund gehen und kriegen dann raus. Also es werden vielleicht verdächtig die Eingeborenen. Vielleicht sind es auch die. Oder aber es sind es vielleicht für Telemel. Die einfach am Ende als Verschwörung keine Lust haben, dass es da eine friedliche Koexistenz gibt. Und gegen die immer vorgehen wollen, aber das nicht öffentlich machen können. Deswegen versuchen sie einfach die in Schmutz zu ziehen, indem sie selber die reichenden Leute töten. Weißt du? So könnte ich mir eine typische Questreihe vorstellen. Ist geil. Die Hauptperson da steht schon so. Ja, red mit mir. Du wolltest mit mir reden. Und wir gucken erstmal alles andere an. Vor allem die kleine Frauen. Na gut. Willkommen zu Eden. Das Lichthaus der Glaube, der Harmonie und der Zivilisation in diesen wilden Landen. Danke dir. Das ist unser Tag. Ich bin der Legate der Merchantskongregation. Und ich bin der Vater Justinius. Freitag. Und was kann ich für dich machen? Die Mutter Cardinal hat mich gefragt, um die Theft von diesen Tableten zu finden. Das ist gut. Die Verlust der Tableten ist eine Katastrophe. Wir müssen sie finden, auf alle Kosten. Wenn Sie mehr über diese Tableten zu erfahren haben. Wenn Sie mehr über diese Tableten zu erfahren haben, Sie fragen sich die Frau Eugenia zu fragen. Sie hat die Theologien zu erfahren. Sie hat die Theologien zu erfahren, und waren auch die Beobachtung. Sie sollten sie ein bisschen weiter in der Stadt mit ihren Kollegen zu finden. Mit ihren Kollegen. Sie haben die Verlust von dieser Verlust. Die Heretischen Brüten der Stadt der Vedlug haben wahrscheinlich eine Hand in das. Sie müssen sie haben, um die Demen zu verraten, die sie besuchen, durch die Heilige Worte von uns zu verraten. Wie können sie von den Tableten erfahren haben? Sie können sie von der Tableten zu erfahren? Vielleicht die Demen zu ihnen diese Kraft. Ja. Moment. Haben wir bei ihm... Ja. Vater, ich bin glücklich. Wir fragen mal nach. Die Stehung. Wir haben es nicht aus dem Grund abgebaut. Es wurde um eine existenzielle Nativ-Village gebaut. Die Islander nennen sie es Vixenegad, das bedeutet als die Stadt der alten Sage. Wir sahen es als ein Zeichen. Die Nativ-Village haben wahrscheinlich diesen Namen in Erinnerung von St. Matthäus. Und alles hier befindet die Description von St. Lucius. Die Deskunft der Tabletten hat uns richtig. Wir haben also entschieden, unseren Eden hier wieder zu verbinden. In dem Geist der Friede und der Harmonie, die in den Schriftungen beschrieben wird. Warum schlagen wir dieses Village mit den Nativ-Village? Um zu replikieren und zu resumieren das Werk unserer Founder, natürlich. Wenn er hier kommt, wenn er die Nativ-Village mit den Nativ-Village befindet. Dann ist es unser Geist, um das gleiche zu machen. Wenn sie mit ihnen leben, dann ist es viel einfacher für uns zu übernehmen. Wenn sie mit den Nativ-Village befindet. Wie gut sind Sie mit den Nativen, die hier leben? Sehr gut, natürlich. Selbstverständlich, weil die, die die uns gehalten haben, unsere Presse leften. Leften? Woher zu gehen? Oh, zu anderen Villages, ich denke. Ja. Das ist wichtig. Also, die Kinder, die hier sind auf der Weg der Enlightenheit. Ein paar der Legendsten müssen über St. Matthäus haben sich über die St. Matthäus zu überzeugen. Ja. Das ist ja erstmal gar nicht so schlecht, wie sie es machen. Da würd ich mal mit dem Häuptchen reden. Jetzt, da wir wissen, dass wir hin dürfen. Na, davor kein einziges Wort, der uns reden wollte. Ich habe gehört, O'n Al-Manawi. Ich habe gehört, O'n Al-Manawi. Ich habe gehört, aber ich würde gerne hören. Ich bin nicht sicher, dass ich die Antwort auf alle deine Fragen. Aber ich werde versuchen. Ich werde versuchen. Ich habe gehört, wie du sie bekommen hast. Die Priester waren rund um die Stadt. Sie sagten, dass es ein Ort war, wo der Seinler lebten. Sie fragten Fragen. Sie sprechen über die Läute und all diese Dinge. Das ist so schnell. Die Priester sagten, dass sie dich konvertiert haben. Wie hat das passiert? Wie hat das gehört? Okay, also, einfach damit zur Ruhe geben, sagt er, ja, 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 ihr könnt bei uns wohnen, müssen ja nicht den ganzen Glauben annehmen, solange es nicht gefordert ist, und können so Coexistenz betreiben. Sie wollten tracts von der alten Sage, von dem sie callen St. Matthäus, und sie waren rummaging durch alles. Unsere Donegad wollte ihnen nichts erzählen, weil der alten Sage ist hier sacred. Aber als sie violently interrogateden alle, ich dachte, es ist es wise, um sie zu den Ort, wo die Steine waren. Okay. Okay. They did not accept the presence of the priests and their questions. They tried to retake the village. They even asked Derdra, the chief of Vedlug, for her help. So, the priests called this all, Lasse, the Burning Sons, and they killed many of them. We asked for peace, and the others left us. They wanted to join Vedlug. Perhaps they have done so. Aren't you angry after all that happened? No. I mourn those who died, of course. Undivorged, Tyrent. But this village may be our opportunity. Your opportunity for what? For the Renekse to understand who we are. Not savages, nor monsters, but men. Maybe smarter than they are. I have to go. Loic. What do you think? Okay. Do you think? Do I feel like that's sad. I have to go. Do you think? Do you think that's sad? 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 The enemy is all about you. Also ich bin der Meinung, das war einer von denen her. Ich bin der Meinung, das war einer von denen her. Die eine, die wir falsch gesehen haben, die mit dem eigenen Namen. Eine gewisse Frau, okay. Wenn du sagst, dass diese Tabletten von der Hand von unserem heiligen Feindler haben, dann müssen wir sie finden. Without them, all our research to trace the life of St. Matthias on this island is doomed to failure. If these savages have stolen them, we will have to take them back, by force if necessary. Hello, the mother Cardinal asked me to help you find the tablets that were stolen. Can I ask you some questions? Of course, but hurry, I have a lot to do. The mother Cardinal told me that this village had been developed on the basis of St. Lucius' writings. Are you one of the theologians who helped in its creation? Yes, I was sent here to confirm that this place is indeed the one described in the writings. And then I stayed. What was the reaction of the natives when you arrived here? Most of them were not in favor of us living amongst them. They were afraid we might chase them out of their own village. And there were even more protests once we started talking about searching for traces of St. Matthias. I suppose they thought we would destroy all of their raised stones and other places of superstition. Are there any confrontations with the natives? Yes. The warriors of the village attacked us. The Ordo Luminous actually had to intervene. The Inquisition managed to make them run away. The Islanders tried to attack again with the support of Vedluk. But we stood our ground. And when Ler, the chief of the village, finally accepted us. Our presence. Things calmed down. Thank you. This information will certainly prove to be useful. So. I talked to Father Eustinius. He told me that you were supervising the theologians here. Indeed. It is under my supervision that the research on St. Matthias is conducted. Whom do you suspect of being the thief? Alas. I'm afraid there are many suspects. These tablets are priceless relics. Some settlers may have fallen prey to the lure of profit. The heretical natives of Vedluk may have wanted to take them away from us. Or it could have been vengeance by those who had to leave the village. Where were the tablets the night they were stolen? We were keeping them in one of the village's shacks. We intended to bring them to San Mateus later. But first, we wanted to examine them in order to obtain as much information as possible. You can go and take a look in the shack if you want to. But I couldn't find any traces of forced entry. That means for a theologian. I imagine someone was keeping watch over them. Of course. We took turns guarding the shack. But some of us can't have taken a task that's seriously. If I remember correctly, it was Brother Virgil who was guarding them that night. Well, thank you for these pieces of information. I am the one who should be thanking you. Especially if you manage to retrieve the tablets for us. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Ja, du betest ganz schön. Oft. Was tust du vielleicht? Bist du in Gnade? Ah, bitte. I am handling the investigation into the theft of the tablets. Sister Eugenia told me to talk to you. I am Brother Virgil. What would you like to know? According to your colleague, you were the one in charge of guarding the tablets on the night of the theft. Is that right? Indeed. What can you tell me about that night? Did you hear or see anything? No. Nothing in particular. The night was quiet. And then, the morning after, we saw they were gone. Someone had to enter the shack to steal the tablets. How did that happen? I have no idea. The door was closed in the morning. And the lock was intact. Do you suspect anyone in particular? Not really. What I can tell you for sure, is it is not one of us. Well, Sister Eugenia did tell me that the tablets were priceless. Of course. But our motivation is not the lure of profit. All that matters to us is their value as proof. Not the money we could make out of them. Do you think the culprit could be a native? Well, since none of us did it, it seems obvious. There aren't many other settlers around here. And the natives knew of the existence of these tablets before we found them. They were attached to them too, in their own way. They are the ones who led you to them. Well, we conducted the research. But they helped us find where they were hidden. Some inhabitants of the village are still giving us a hand with our work. Well, thank you. I will investigate where the theft took place. As you wish. But you won't find anything there. And why does it matter anyway? There were witnesses to the discovery of these tablets. We have all the proof we need. And that's all that matters. What do you mean? Now we can prove, St. Matthias lived here. Our actions on this island are justified. To keep rummaging the way Sister Eugenia does, will only create more tensions with the natives. I was not expecting a theologian to say such things. Was heißt, dass es reicht, dass da drei Leute mal gesehen haben, da gab's Tafeln, dann sind sie zufällig verspunden und es hieß, ja, ja, wir haben sie ja damals gesehen und das war schon Beweis genug. Have you been in Eden for a long time? Two months, approximately. Back then, there were still some pagan natives in the village. I joined Sister Eugenia's team with some of my colleagues, so we could give them a fresh outlook on things. We arrived straight from Teleme, hoping to study some new texts. But once we were here, I understood that my real mission was with the islanders. We must bring the light to this island. Ganz ruhig. You talked about a mission with the natives. What did you mean by that? I may be under the command of Sister Eugenia here, but my superior is Bishop Domitius. Our mission is to banish pagan cults and convert the entire population to the light. The island belongs to Saint Matthias, and therefore to Teleme, since the god of light offered it to our founder. You have a very unique way of seeing things. I doubt everyone accepts it. How are your relations with the natives? When I arrived, we were still trying to obtain information from them about Saint Matthias, but they were very reluctant to give us any answers. We were also trying to educate them. Our attempts eventually made some of the inhabitants of the village react badly. Most stubborn against our teachings, the warriors. And the marked. The ones the natives call the Onomanawi. They eventually left. And it has proved nothing but a blessing for us. I would like to go back to work now, if you don't mind. Of course. I will leave you to... I knew that the story would be more complex than we'd been told. The priests separated this village into two parts. The ex-oils must be brokenhearted, having left their clan behind. On the other hand, had they followed their chiefs example, this wouldn't have happened. Either way, the resentment here is strong enough for a theft to occur. Hmm. There is only one entrance and the door shows no evidence of a break in. This priest, Virgil, said that the night was calm. So calm that he probably fell asleep. So, the thieves only had to take the key from him. It's very likely that that's what happened. But someone must have informed them. It can't be a coincidence that they decided to steal it during the watch of the only neglectful guard. You think that the one who told them is in this village? We know that this theft could be an act of vengeance by the natives who were forced to leave here. They must still have allies in the village. Family or friends. We should go talk to the chief of the natives. He will certainly know who is close to the exiles. And enough about the researchers to inform them. Hmm. And that's why we will definitely find out that we have to talk about the good lady here. And then we will probably have to talk about a thousand miles away. I'm with this one. Okay. But let's talk about the chief. I think I know who stole the tablets. Really? I believe those who were exiled from your village seek vengeance. You have returned to all menawi. I think I know who stole the tablets. Really? I believe those who were exiled from your village seek vengeance because the missionaries forced them to leave. They must have taken the tablets with the help of someone else who stayed here. You may be right. But you may also be wrong. You do well to tell me what you know. Once the priests have reached the same conclusions as I have. How do you think they will interrogate you? You are probably right. The inquisitors would come back. And my people would suffer. I do not want to break the peace that I did all I could to make. I think the name of the woman you are looking for is Vindwal. She helps the priests who seek the old sage. If she is helping the priests, why would she betray them now? Her son is one of the warriors who had to leave the village. He is filled with anger and fury. If you go talk to her, please, do not hurt her. She is but a mother who acted according to her son's wishes. I have no intention of hurting her. But things may not be so simple when it comes to her son. I have to go long. Like Tola does. So, okay. Jetzt end ich mit Windwall. Tja, und dann muss man uns wahrscheinlich entscheiden. Also wenn es wirklich über die Eingeborenen geht, muss man eine harte Entscheidung treffen, weil... Sie, oder? Ich weiß schon. Hä? Haben wir das Questig geändert? Komisch. Geez, da kann man... Sie, oder? Nein... Aus.